Herzlich Willkommen auf myBet. Um bei uns wetten zu können, ist eine Registrierung notwendig. Das Ganze ist kinderleicht, ich zeig's Ihnen schnell. Klicken Sie dazu bitte auf den Jetzt unverbindlich anmelden Button. Sobald Sie auf den Knopf geklickt haben, erscheint das Formular, um ein neues Benutzerkonto anzulegen. Bitte tippen Sie nun Ihre Daten in die vorgesehenen Felder ein, beginnend mit Ihrem Vor- und Nachnamen. Bis auf die Telefonnummer und den Partnercode sind alle Pflichtfelder. Achten Sie darauf, dass Sie ein sicheres Passwort wählen, das Sie sich trotzdem leicht merken können. Es muss aus mindestens sechs Ziffern und Zeichen bestehen. Falls Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, gibt es zur Sicherheit eine persönliche Frage, wobei Sie die Fragestellung aus mehreren Vorschlägen auswählen können. Bei mir ist das mein Lieblingssportverein. Welcher das ist, bleibt aber mein Geheimnis. Alle Angaben werden selbstverständlich, streng vertraulich behandelt. Bitte vergessen Sie nicht, unsere AGBs zu lesen. Dazu klicken Sie auf die drei blau unterstrichenen Buchstaben. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nun in einem neuen Fenster geöffnet. Im Anschluss müssen Sie das Gelesene mit einem Haken anerkennen. Zudem bestätigen Sie damit, über 18 Jahre alt zu sein. Klicken Sie bitte nun auf den Button Jetzt anmelden. Um den Anmeldevorgang fortzusetzen, öffnen Sie bitte Ihren E-Mail-Account. Innerhalb von wenigen Sekunden bekommen Sie unsere Begrüßungs-E-Mail. Falls nicht, kann es sein, dass sie in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist. Klicken Sie nun auf die E-Mail. Hier finden Sie einen Link, der Ihr Benutzerkonto aktiviert. Sie können dies aber auch von Hand mit dem angegebenen Freischaltcode machen. Sobald Sie auf den Link klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Ihr Passwort noch einmal eingeben müssen. Im Anschluss bitte den Login-Button drücken. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich nun erfolgreich auf myBet angemeldet.